So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe und eigentlich, ich würde fast behaupten, die allereinfachste von allen Aufgaben, die wir haben. Ich zeige euch ganz kurz, was ihr machen müsst, nämlich mit dem Hängekleider zurückgelegte Distanz. Der Modus, der sich dazu wirklich am aller allerbesten eignet, ist halt Gruppenkeile. Weil halt jedes Mal, wenn wir irgendwo runterspringen, können wir halt schon den Kleider ziehen. Ich gehe jetzt gerade mal hier hoch, versuche halt jetzt meine letzten Meter zu machen, damit ihr halt auch seht, bei 25.000 Metern, wie viel XP man bekommt. Aber das kann ich euch schon gerade sagen. Ich bekomme dann 12.500 nochmal. Also es geht wirklich ganz simpel. Ihr geht in Gruppenkeile, da habt ihr sowieso am Anfang jeweils von allem 150 Metz. Und dann baut ihr euch einfach so hoch, wie es geht. Selbst wenn ihr runtergeschossen werdet, könnt ihr hingehen und dann einfach den Kleider ziehen. Aber ich mache es gerade extra, damit ich halt wirklich die volle, alles ausnutzen kann, was ich ausnutzen kann. So, irgendwann muss ich doch eigentlich mal oben sein. Mich wundert echt, dass mich keiner runter schiebt. So, bauen wir uns gerade in die andere Richtung. So, schon mal Richtung Zone und keine Metz mehr. So, X. Und jetzt gleiten wir einfach über die Map. So, 659. Ah, dauert es schon ein bisschen länger. 784. Und guck mal, wie hoch ihr seid. Und ihr könnt ganz entspannt einfach die Meter machen. Wenn ihr dann so weit seid, ich sag ja, ihr müsst es ja nicht die ganze Zeit machen, aber so könnt ihr euch halt die XP in einer Runde ganz, ganz schnell abholen. Also, ich glaube, bei mir haben eben noch 500 Meter gefehlt. Und die müssten wir eigentlich jetzt erreicht haben. Da haben wir es auch schon 12.500 XP. Und wie gesagt, wenn ich euch mit dem kleinen Trick helfen konnte, gerne ein Like da lassen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß mit den Aufgaben. und haut rein. Die Vorrauslieferung will ich aber noch gerade haben. Die 10 habe ich nämlich eben voll gemacht. Vielleicht kriege ich mich da die nächste jetzt angezeigt. Ach, die will jeder hin. Aber ich habe sie. Also, in dem Sinne, euch auf jeden Fall viel Spaß mit den Aufgaben und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.